Und hier mal Fallspiele. Fortune Zika. 280 gibt es schon mal. Sauber. Gucken ob er noch was anständig drin packt hier. Drei. Oh das packen wir vier innen hier. Ah, nur noch zwei. Schade. Und hier geht es noch mal Freispiele. Ein Euro Einsatz. Mal schauen was er da uns bringt. Ach, ich würde mal vorbeien. Ach, ich werde mal vor die Röger aufkommen. Ach, ich würde mal vor mir an. Ja, der ist aber. Ah, ich bin ein Euro Oh, es kommen noch ein paar mehr hier. Ah, ich hab's hier heute nischt oder wie? Nö, 2 Euro, Wahnsinn. Tja, lump. Na endlich kommt mal was bei rum. Los, passi mal. Ah, trotzdem sauer. Schöne Ding. Und Action Games müssen wir noch dazu gucken. Herzlichen Glückwunsch. Komm, zeig uns die Action Games. Boah, 44. Geil, oder? Sauer.